So, weiter geht's mit einer Kanalvorstellung. Dein Kanal im Rampenlicht. Jeder kann sich noch weiterhin bewerben. Es werden 365 Tage lang noch solche Videos kommen. Also ein Jahr bitte. Ich versuche so viele wie mögliche Videos rauszubringen. Ja, damit haben wir auch einen weiteren Kanal wieder. Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel. Wer wird's, wer wird's, wer wird's, wer wird's. Es wird der liebe Peanuts. Ein sehr gut aufgebauter Kanal, wie ich finde. Und man sieht gleich, worum es auf seinem Kanal geht. Umfußball, wie man sieht, hat ein tolles Kanal, Titelbild, hat ein tolles Profilbild natürlich. Ja, und lieber Peanuts, ich muss sagen, das ist sehr anspruchsvoll gemacht. Niemand könnte das besser machen als du. Ja, ich habe dich natürlich auch abonniert. Du hast leider nur 25 Abonnenten, was relativ schockiert, weil ich finde, ich habe schon ein paar Videos von dir angeschaut, angesehen, weil ich finde, du hast viel mehr Zuschauer verdient, viel, viel mehr Zuschauer verdient. Und jetzt schauen wir mal, jetzt nehmen wir mal deinen Kanal ein bisschen auseinander, zerstören ihn richtig, reißen ihn auseinander in die kleinsten Körperteile, nein, in die kleinsten, in die kleinsten atomaren Teilchen. Ja, damit fangen wir mal mit der Kanal-Info an, bevor wir irgendein Video hier rausbringen. Hallo, ja Freunde, hier auf diesem Kanal findet ihr alles zum Thema FIFA. Wenn ihr also Bock habt, mich zu verfolgen, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich riesig freuen. In diesem Sinne bin ich raus. Bis dahin, Servus. Also, relativ ganz cool gemacht. Du bist am 25.05.2016 beigetreten. Ich bin mit meinem Kanal vier Tage später beigetreten. Du hast 312 Aufrufe. Was mich relativ wundert, warum man in einem Jahr so wenig Aufrufe bekommt. Schauen wir mal, was du richtig oder was du falsch machst. So, dann haben wir hier vor sechs Tagen zuletzt gepostet. Vor einer Woche, vor einer Woche, also vor zwei Wochen weiter geht's nicht. Okay, du hast vor zwei Wochen erst angefangen. Ist natürlich verständlich, aber was ich nicht verstehe, warum du erst 25 Abonnenten hast, wenn du so gute Titel, Thumbnails hast für deine Let's Plays. Du spielst mit dem SPVGG unter Haching eine Let's Play Karriere und du spielst mit dem FC Bayern Karriere. Ich dachte schon FC Barcelona. Borussia Dortmund Team Vorstellung. Du machst Vorstellung der Teams. Es müllert, Start der Serie. Schauen wir mal da rein, was du vor zwei Wochen rausgebracht hast. Hallo, Stefan wieder hier. Ja, Freunde, heute startet endlich eine neue Serie. Und zwar die S-Müller-Serie, das heißt unser Starspieler ist Thomas Müller, wie man hier auf dem Bild schon sehen kann. Einzige Goldkarte im Team. Der Rest ist Bronze. Schauen Sie uns das Team mal an. Ein rein dritte Liga unter Haching Team. Im Tor Müller, Inverteidung Wels Müller und Winkler. Außen Dombrovka und Bauer. Pillar. So, ja, das ist mal dein Ultimate Team im Ding. Da hast du mal angefangen. Da geht es natürlich weiter. Dein Bundesliga Team, dein Premier League Team, Paris Saint-Cermain Team Vorstellung, Borussia Dortmund Team Vorstellung. Schauen wir mal am besten rein in das erste Video der SPVGG unter Haching. Hallo, Stefan wieder hier. Ja, wie bereits im Bayern-Karrieremodus-Video angekündigt, startet heute die neue Karriere. Und zwar starten wir in der dritten Liga mit der Spielvereinigung Unterhaching. Wurde 1925 gegründet. Transferbudget haben wir von knapp 1,3 Millionen, Vereinswert 2,8. Die Vorstandserwartungen in der Folge national niedrig. Ist klar, sind gerade jetzt aufgestiegen in die dritte Liga. Aber wir wollen gleich... Ja, du beschreibst das richtig gut. Fangst mit der Spielvereinigung Unterhaching. Jetzt weiß ich, wofür die Abkürzung auch steht. Ich bin ja kein Deutscher. Ich bin Österreicher. Und stellst dich damit ordentlich ins Rampenlicht. Machst, wie schon anfangs erwähnt, gute, gute Thumbnails. Hast eine gute Mikroqualität. Machst deine Sache relativ gut. Stellst dich gleich am Anfang immer vor. Ja, lieber Peanuts, du machst eigentlich gar keine Fehler, finde ich. Du könntest dir aber viel, viel mehr Zuschauer verdienen. Und hey, ein kleiner Tipp. Vielleicht hast du ja Lust, mit mir gemeinsam oder mit ein paar anderen FIFA-Let's-Playern in meinen Streams mitzumachen, indem wir einen Pro-Club gründen, den 1FC Kernölmediziner. Und dann spielen wir gemeinsam in FIFA-Streams Pro-Clubs. Und ja, dann möchte ich sagen, du hast ein tolles, 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 tolles Kanalbild. Dein Kanal ist am besten. Dich werde ich auch gleich mal ordentlich, damit ich all deine Benachrichtigungen reinbekomme. Abonnieren, richtig ordentlich abonnieren. Ich bin dein 25. Abonnent, aber das war ich vorher auch schon. Nur nicht mit dieser Benachrichtigung. Ja, Leute, meine lieben Zuschauer, abonniert den lieben Peanuts. Er hat viel zu wenig Zuschauer und ich finde, er hat mehr verdient. Macht eigentlich gar keine Fehler. Ja, und in diesem Sinne sage ich einfach rein auf seinen Kanal. Wenn ihr euch bei mir bewerben wollt, schreibt in den Kommentaren wieder eine Bewerbung. Lasst ein Abo bei ihm, bei Peanuts da. Ich packe seinen Link wieder in die Beschreibung. Lasst einen Daumen nach oben bei einem Video da und kommentiert fest bei seinen Videos. Er hat sich das verdient. Ja, und an dieser Stelle sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Kanalvorstellung wieder. Ich stelle deinen Kanal ins Rampenlicht. In diesem Sinne, ciao.